Und hier sehen sie wieder zwei typische Franzosen. Ich bin im Passivmodus und die schießen trotzdem auf mich. Also wie bescheuer kann man sein? Und natürlich mit Nubike, was wäre es sonst? Und da sagt mir noch jemand, GTA sei nicht komplett am Arsch. Wenn sogar Level 70 und 80 Leute schon auf dem Nubike sitzen. Also jetzt glaube ich, GTA hast du komplett den Verstand verloren. Natürlich Franzosen, die müssen jetzt natürlich alles angreifen, was ihnen unter die Flinte kommt. Warte mal. Level 157 und Level 78. Aber schon Nubike unter dem Arsch. Ist klar. Ist klar. Der ist so dumm, Kumpel ey. Wenn ich meinen MK2 noch rette, würde ich euch jetzt einen Cent in den Arsch treten. Aber da ich meinen schon verkauft habe, habe ich keinen Bock auf euch. So, wir werden jetzt eins machen. Ich werde jetzt ein Auto holen. Und dann werde ich zu meiner Yacht rüberfahren oder schwimmen. Am besten nachher. Erstmal schauen, wo meine Yacht ist. Und dann schauen wir mal, was die so machen. So, mal schauen, wo ist meine Yacht jetzt. Ah, die ist da oben. Sehr gut. Sollte sie zu meiner Yacht kommen, werden jetzt erst mal sterben. Die sind Nubike, Alter. So. Ich bin ja immer noch passiv, oder? Ja. Vor allem, ich habe die zwei noch nicht mal erwischt. Und die sind schon hart, ich hoffe, mich. Okay, den einen Grün habe ich vielleicht gesniped. In 154er. Aber Alter, dass der gleich mit einem Nubike kommt, anstatt der zurücksniped. Nee. Typisch Franzosen, ey. Der letzte Dreck in diesem Spiel, Alter. Die kriegen schon in ihrem eigenen Leben nichts gerissen und jetzt müsst ihr denken, in GTA sind es die Kings, oder was? Vollidioten, Alter. Die Franzosen mögen in Real Life ja vielleicht noch recht passabel sein. Ich bin noch keinem Franzosen begegnet, deswegen kann ich da meine Meinung nicht dazu äußern. Aber in Spielen sind die sowas von dämlich. Call of Duty sind sie Assis, GTA sind sie Assis, ne Battlefield erst recht. Nur unfair spielen, ey. Meistens hättet sie sowieso kleine Kiddies. Ich weiß nicht, haben die da die Schule in Frankreich für ein Fach mit Arschlichkeit oder so. Oder ist das bei denen Standard? Außen bin ich gerade falsch abgewogen. Das solltet ihr bitte in Real Life auf einer Autobahn nie machen. Einfach so abbiegen oder umdrehen. Das ist nämlich nicht ganz gesund. Also ihr wollt danach, naja, wie eine Sabinenbüchse, weggeschrotet werden. So, die können meinen Hellfire ja gerne sprengen. Soll mich nicht interessiert. Das sind ihre 20.000, die so loswerden. Und jetzt ein paar Punkte gibt es oben rein. Also, das sind keine 104 Millionen, das sind 10 Millionen. Ja. Nicht, dass da jemand denkt, ich habe da jetzt Geld ergrindet oder gecheatet. Ja, ergrindet schon, aber gecheatet habe ich nicht. Ist alles hart ergrindet. Aber ich schätze mal, ich hoffe es. Ich habe mich noch nicht genau umgehört oder umgeguckt, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass diese Eventwoche jetzt, was wir jetzt haben, eine gute ist. Also, dass die von letzter Woche noch bleibt. Dann kann ich heute wieder AFK bleiben für eine Weile und kann noch hoffentlich 20 Millionen bis nächste Woche mit Zinnten machen. Was ist jetzt, Ladies? Kein Bock mehr oder was? Ah, die kommen eh. Brav. So, Galaxy Super Yacht. Jo. Niemand. Niemand. Passt. Nicht, dass jemand auf die wahnsinnige Idee kommt, auf meine Yacht drauf zu wollen. Ne? Tja. Ne? Das hätten sich nicht gedacht, dass das meine ist. Tja, die sollten vielleicht hinten mal auf Schild schauen. Hey, kann ja sein, dass wir nicht lesen können. Tut mir dann auch recht leid, ne? Ja, ich weiß, dass ich keine Clips mehr machen kann, weil ich 90 Prozent des Dings aufgenommen habe. Was ist jetzt, ha? Angst? Oder was? Oh, hat sie einen schon erwischt? Oh, tut mir fast gar nicht leid. Aber wisst ihr, was ich gleich mache? Ich habe ja mal gesagt, ich nehme ein Video auf, sobald ich in der Open Lobby bin. Ich werde den Typen da gleich snipen, den Franzosen. Champion 1 vs. 1, Digga, im Ernst. So. Ja, und Grün und Rauch drauf. Ist Cloud voll die Idiot, Alter. Was ist jetzt? Snipen vielleicht? Na komm. Na komm. Na komm. Na komm schon. Versuch mich zu snipen. Komm schon. Komm schon. Ja, na sicher tut er versuchen zu snipen. Ja sicher. Ist klar, weil er eh nichts anders kann, ne? Schau mal, ich tue euch noch einen Gefallen. Nicht anklopfen. Braucht bloß rüberkommen. Schauen wir uns mal die KD von diesen netten Franzosen an. Luix 0,86er und sein Kumpel hat eine 0,90er. Okay. Oh, jetzt sogar mit Expo-Sachen. Ach wie süß. Ja, ob der es witzig finden würde, wenn ich ihm in den Kopf schieße. Da komm. Was ist? Ich warte. Hallo. Hallo. Das ist schon fast belastend. Deine Kumpel hat schon keinen Bock mehr. Der hat schon aufgehört. So. Sonderfahrzeuge. Galaxy Yacht. Achso. So hätte vielleicht was im Passiv raus. Das wäre vielleicht auch mal eine Nummer. Versucht jetzt echt auf meine Yacht zu schwimmen oder was? Komm, mach doch mein Auto kaputt. Na komm, versuch mein Auto kaputt zu machen. Wo ist denn jetzt ein Kumpel? Ah, am Steak. Da will ja jemand anders. Der will doch jetzt nicht hier wirklich rauf, oder? Ey, der Typ ist so paniert. Ey, der Typ ist so paniert. Ja, der Typ ist so paniert. Was hat der sich gedacht? Was hat der sich jetzt gedacht? Dass ich den hier einfach auf meine Yacht lasse, oder was? Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Ja, und natürlich. Na komm schon mit deinem Scheiß-Nut-Bike, du blöder Franzose. Was ist los, hä? Selbst wenn du es jetzt auf meine Yacht schaffst. Du bist tot, sobald du sie betrittst. Aus dem kannst du ja keine Waffen ziehen, also wird es für dich sowieso echt langweilig, ne? Au. Also Franzose, was ist jetzt, hm? Du Vollidiot. Hä? Komm schon, hol deinen Kumpel, du Vollidiot, du Elendiger. Ich bin einfach besser als du, in jeglicher Hinsicht. Na, was willst du jetzt machen, hm? Irgendwann wird es dir zu dumm, oder irgendwann wirst du gehen. Ne? Also ich geh da mal rein, ne? Tschüss. Du kannst klingen, du kannst klopfen, du kommst nicht rein. Ich hätte es eigentlich auch nur Orbi auf dich drücken können, aber ich will wegen dir voll Spaß keine 750.000 aufgeben. Ne? Ne, ne? Ne? Du Vollhonk, du Elendiger. Aber dass die auch immer so nachtragend sein müssen, ne? Ein Wahnsinn. Der schwimmt doch jetzt nicht rüber, oder? Was ist denn das für ein Vollhonk? Really? Komm Rockstar, hallo. Ich will den Franzosen abschießen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Das war dann schon ein 2 zu 0 für mich. Ups. Ja, jetzt versucht er zu snipen und schafft es wieder nicht. Ich bin der Jachterbär. Ach, ist das süß. Run halt die Klappe. Gib es auf, du bist scheiße. Was ist mit deinem Kumpel, ne? Der hat keinen Bock mehr mitzuspielen? Oder ist der jetzt Geistermodus gegangen und der kriegt demnächst ein Orbi, du Vollhonk, weil dein Kumpel sich wahrscheinlich in die Basis gebiegt hat? Nein? Oh, ist das jetzt dein Kumpel? Ich glaube, der hat das Spiel verlassen, Kumpel. Weil, ist das schön. Nein, der ist noch da. Nur Geisterorganisation anscheinend, weil ich finde den nirgends. Naja, dann drückt man halt Orbi, es sind eure 750.000, die ihr für mich ausgibt. Du probierst es nicht doch schon wieder, oder? Ey, der ist so dermaßen bedämmelt, der Hund im Ernst. Jetzt haut er ab. Ach, wie süß. Und somit beende ich das Video. Ich wollte euch bloß zeigen, wie hartnäckig und wie dämlich Franzosen sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.